Gerade erst hat sie die Folgen eines schweren Autounfalls überstanden. Und doch ist sie schön und temperamentvoll wie je. Dunja Reiter. Und dabei sehen mich seine Augen mit tausend heißen Menschen an. Ja, was ist schon dabei? Was ist schon dabei? Papa und Mama, die sind in der Türkei. Und ich bin so klug und längst alt genug und außerdem frei. Ja, was ist schon dabei? Ihr Anfang als Sängerin war in Deutschland nicht leicht. Die schöne Frau akzeptierte man. Die eigenwillige Künstlerin musste um Anerkennung ringen. Und das, was Sie nun hier singen, was ist das? Wozu darf man das rechnen? Ein Schlager? Nein, ich würde nicht sagen Schlager. Das ist ein Zigeuner-Schanson. Ein ganz freches, lustiges Zigeunerlied, aber nicht über die Grenze Freiheit. Also erlaubt zu singen. Ein nachempfundenes Zigeunerlied. Ja, und heißt, was ist schon dabei? So vergingen ein paar Stunden Mitternacht bei Kerzenschein. Die Schatten rückten zueinander. Oh, Zigeunerwagen sind so klein. Ja, was ist schon dabei? Was ist schon dabei? Papa und Mama, die sind in der Türkei. Und ich bin so klug und längst alt genug und außerdem frei. Ja, was ist schon dabei? Ja!